Es ist vorbei 47. Ich mache die Schotten dicht. Das ist ihr letzter Auftrag. Sie haben zwei Zielpersonen. Zum einen warner Catelyn eine ehemalige Zirkusartistin. Sie ist heute eine große Nummer auf dem grauen Markt. Zum anderen ein CIA-Agent, der für beide Seiten arbeitet. Catelyn gibt im Shark Club in Vegas eine Kostümparty. Unser CIA-Freund ist auch dort, um einen Deal abzuschließen. Wir müssen davon ausgehen, dass Sie bereits erwartet werden. Sie sind unser letzter lebender Agent 47. Finden Sie heraus, wer hinter uns her ist. Eliminieren Sie beide Ziele und alle Personen, die versuchen, Sie zu töten. Fliehen Sie dann mit dem Fahrzeug, das in der Parkgarage für Sie bereitsteht. Sie waren immer ein sehr effektiver Agent. Ich habe gerne mit Ihnen gearbeitet. Alles Gute für die Zukunft. Das hört sich ja nicht an. Die Agency wird zerschlagen langsam. Ich bin der letzte Agent. Na, hoffentlich bezahlen Sie mich für meinen Auftrag. Okay. Ähm, was nehmen wir denn mit? Äh, ich würde sagen, wir nehmen natürlich nur die Silver Ballas mit. Ähm, Upgrades gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Viele. Wir haben ja hier die ganze komplette Ausrüstung. Eigentlich haben wir ja schon alles. Ähm, Silver Ballas haben wir auch alles. Sogar einen dickeren Schalldämpfer drauf und so. Ja gut, dann lasst uns die Kostümparty nicht verpassen. Los geht's. Das ist der Deal. Der CIA-Agent wird der Gastgeberin die Waffen übergeben. Eliminieren Sie die beiden. Sonst noch was? Da drin wimmelt es vermutlich von feindlichen Agenten. Haben Sie sie identifiziert? Sie werden vom Franchise bezahlt. Das Franchise? Das ist Pachessis Gruppe. Was wollen die denn hier? Sie töten. Wir beide sind alles, was von der Agentur übrig ist, 47. Und ich lebe wohl auch nicht mehr lange. Das tut mir leid. Wurde mein Honorar überwiesen? Mehr als üblich. Ich teile das restliche Geld der Agentur mit Ihnen. Viel Glück, 47. Das wird ein Höllenritt. Ihnen auch viel Glück. Ein Höllenritt wird es allerdings, wenn ich Zugang gefunden habe zu diesem Gebäude. Aha. Eine Limousine fährt schon in die Tiefgarage. Da ist bestimmt der Agent drin. Hm. Ich muss mich beeilen. Nehme ich den Vordereingang oder schleiche ich mich doch die Parkgarage runter? Eine Kamera. Na super. Wenn ich mich von der filmen lasse, darf ich natürlich das Filmmaterial suchen. Hallo? Was sind Sie? Leichenbestatter? Gehen Sie. Nein, bin ich nicht. Mein Gott. Ich bin Angestellter dieser Firma. Ich verbitte mir diesen Ton. Mist. An dem komme ich nicht vorbei. Dann doch der Vordereingang. Eine Kamera nimmt mich auch in Empfang. Verdammt. Und an der komme ich nicht vorbei. Scheiße. Na gut. Hallo, mein guter... Was geht? Ich habe heute Nachmittag meine Brieftasche vergessen. Ich soll sie hier abholen. Kann ich sie bitte haben? Ich weiß nichts von der Brieftasche. Wurde sie etwa gestohlen? Moment, Moment. Ich sehe mal nach. Finde ich gut. Du gehst nachschauen und ich mache mich mal dünner. Wie erwartet war das Hauptthema der gestrigen Präsidentschaftsdebatte das Klonen von Menschen. Präsident Tom Stewart versprach, das Klonen so wörtlich sicher und legal zu halten und sorgsam zu regulieren. Gleichzeitig fordert Frank Morgan eine neue Einflugung. Okay. Aborten und... Wir wünschen wir durch. So, wir sind drin. Leider geht es hier nicht nach oben. Zu schade. Schauen wir uns erstmal um. Die Tiefgarage. Aha. Gorillas. Wenn ich schnell bin. Aha. Perfekt. Verstecken wir uns mal. Und warten auf unsere Verkleidung. Der läuft hier schön... seine Runden. Aha. Was ist das? Ein Gast, der sich übergibt, oder was? Alles klar. Dann beeilen wir uns mal. Um Gottes Willen, was haben Sie denn getrunken? Das hört sich aber nicht gut an. Na ja. Zeit zum Schlafen gehen. Dein Rausch kannst du jetzt schön in deiner Kotze ausschlafen. Scheiße. Den Anzug muss ich ja noch anziehen. Verdammt. Okay. Okay. Am besten, wir schleppen den jetzt noch so ganz kurz um die Ecke. Damit ihn auch wirklich niemand findet. So. So. Perfekt. Ruhe. Soll dich doch niemand hören? Da ist die Limousine, die vorher reingefahren ist. Okay. Schau an, schau an, schau an. Wir sind jetzt ein Gast. Oh. Hier wäre auch eine Verkleidung gelegen. Ah. Anzug für Gasthimmel. Aha. Gibt es zwei Motoshows, oder was? Also Motos in der Party? Himmel und Hölle? Warte mal. Ach ja, stimmt. Genau. Sie haben wohl den falschen Aufzug erwischt. Ja. Genau. Ich habe ja hier so Teufelsmaske auf. Entschuldigung. Natürlich. Ich muss in die Hölle. Ich muss sie durchsuchen, Sir. Oh oh. Verdammt. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Ähm. Bewaffnet kommst du an mir nicht vorbei, Freundchen. Hey, was heißt hier bewaffnet? Das ist meine Stahlunterhose. Mein Gott. Verdammt, so komme ich nicht rein. Aber warte mal, hier gibt es einen Seiteneingang. Ich muss irgendwie schaffen, mit Waffe reinzukommen, sonst habe ich ja überhaupt keine Chance. Hm. Ein Stapler. Komm ich hier hoch? Ah, leider nicht. Mit Waffe komme ich hier nicht rein. Mal schauen, wie es hier in der Ecke aussieht. Aha. Mal schauen, ob diese Wachmänner gut bezahlt werden. Was ist? Ich habe viel Geld. Ich schmeiße durch die Gegend. Hehehe. Und tschüss. Sehr gut. Jetzt nur die Tür zu. Und wir gehen die Leiter nach oben. So, so macht man das also. So geht man ab in die Hölle. Wenn ich jetzt wüsste. Obergeschoss, Garage. Nein. Das ist der Falsche. Der ist ja nicht so verkleidet. Und wenn ich in den Himmel gehe, gehe ich bestimmt Stress mit den Wachen. Wir wollen in die Hölle. So. Perfekt. Ab geht's. Nächste Attasche. Die Hölle. Und hier rockt die Party. Aber total. Hey, alles klar? Junge, Junge, Junge. Was für eine dunkle Atmosphäre hier ist. Richtig geil, Jungs. Richtig geil. Wahnsinn. Hey, was ist? Ruslige Maske. Ja, da unten geht die Post ab. Und wo ist mein Ziel? Ah, da läuft es ja. Die Frage ist jetzt... Wo ist es mein richtiges Ziel? Geh mir mal ein bisschen unter die Menschen. Hey, du hast gar keine Maske auf. Ach so, du brauchst gar keine. Du bist ja hässlich. Junge, Junge, Mann. Das Kostüm ist so eng. Ich brauche einen starken Mann, der mich da... Aber ganz sicher, schwarze Lady. Da bin ich doch dabei. Hier ist ein starker Mann. Wow, was ist denn das? Ah, Mr. 47. Führt uns das Schicksal endlich zusammen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Nicht zu schüchtern, 47. Ich weiß alles über Sie. Sie sind das unbeholfene Produkt eines Experiments mit genetischem Spielzeug. Der perfekte Killer. Aber Sie sind minderwertig. Und genau das werde ich beweisen. Und wie, wenn ich fragen darf? Wir duellieren uns. Kommen Sie zu mir in die Folterkammer. Na, super. Ein feindlicher Agent. Geht es jetzt auszuschalten? Okay. Gehen wir in die Folterkammer. Mist. Vielleicht kann ich ihn irgendwie davor umlegen. Aber hier sind überall Leute. Oh, oh. Hey, du brauchst deine Waffe nicht gleich auszupacken. Der beste und der zweitbeste Killer der Welt. Aber nur ersterer wird den Raum lebend verlassen. Dank der Schalldämmung wird uns niemand stören. Ihre Ausrüstung liegt auf dem Sofa. Bewaffnen Sie sich, mein mutierter Freund. Dann fangen wir an. Wenn Sie darauf bestehen. Okay, ein Duell. Wie du möchtest. Der Zweitbeste. Ich werde dir zeigen, wer der Zweitbeste ist. Wo steckst du? Aha. Wow, 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 wow. Drecksack. Und tschüss. Yeah. Ein Schuss, mein Freund. Wer ist jetzt der Zweitbeste? Jawohl. Jetzt kann ich vielleicht deine Barkeeper-Kleidung anziehen. Nein, kann ich nicht. Ja, aber egal. Du kannst mich noch schön an meinem Popo lecken. Hier. Hier, hier, hier. Ich drücke ihn dir ins Gesicht. Okay. Lagerschlüssel. Okay. So komme ich hier wieder raus. Gibt es hier vielleicht irgendetwas, was ich machen kann? Außer Waffen einzupacken. Von wegen, Mann. Wie ich ihn kurz weggeknallt habe. Aber ob das lautloser Killer gibt? Hm, ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich den nicht über den Weg laufen dürfen. Naja, egal. Oh nein. Die Waffen werden übergeben. So ein Mist. Okay, ich muss mein Ziel ausfindig machen. Eliminieren. Und dann den CIA-Agenten und den Koffer holen. Das ist mein Ziel. Das kommt direkt auf mich zu. Beobachten wir erstmal. Hey. Herrscherin der Hölle. Geile Party. Verdammt. Wie mache ich die fertig? Sie geht auf die Tanzfläche. Viel zu viele Zeugen. Die Teufel fährt nach unten. Das bedeutet, vielleicht kommt er in den Aufzug. Dann kann ich ihn ja in Empfang nehmen. Im Aufzug. Okay. Alles klar. Dann fahren wir jetzt zurück zur Garage. Klettern hier durch. Und warten. Auf den Agent. Wo kommt der? Wo ist der? Komm schon. Ah, da ist er ja. Perfekt. Und tschüss. Oh, ich bin entdeckt worden. Hast du dem Tod ins Auge geschaut? Tja. Pech gehabt. Ich komme mit meinem Koffer. Was ist los? Okay. Ich weiß jetzt nicht. Ist ja kein Zeuge mehr. Okay. Ich lasse den Koffer erstmal hier stehen. Seine Desert Eagle packe ich ein. Und den CIA-Anzug. Mit der teuflischen Maske. Super. Und jetzt gehe ich zu meinem Treffen. Okay. Hier unten ist alles friedlich. Und wo ist die satanische Lady? Da ist sie. Was zum Teufel tut sie? Teuflisches kleines Miststück. Sie spielt mit dem Feuer. Ja, ja. Gut. Schickes Kleid, Baby. Hast du da was tun? Okay. Vielleicht darf ich jetzt hier durch. Hallo? Ich bin... Ah, da sind sie ja, Sir. Gehen Sie nur rein. Sie kommt gleich nach. Ah, okay. Alles klar. Okay. Aha. Eine Videokamera. Sie will wohl alles filmen. Ja, sie ist noch nicht da. Ich gehe da mal kurz die Toilette aufsuchen. Hi. Darf ich hier rein? Ja, danke. Aha. Schau an, schau an, schau an. Von hier aus komme ich überall hin, bestimmt. Äh. Sieht aus wie ein Fisch. Ah. Hier ist das Aquarium. Da ist sie ja. So, so, Susse. Du spielst gerne mit dem Feuer. Pyrotechnik. Hehehe. Ah, die Wachen haben ein Auge auf mich. Ich muss aufpassen. Ich wollte schon immer wissen, wie sowas funktioniert. Du nicht auch? Also, das ist schon ein Hammer. Ja, also... Die heutige Technik, was man mit Feuer alles anstellen kann und so. Aber ich will dich nicht von deiner Arbeit abhalten. Also, geh mal ruhig weiter, damit ich ein bisschen spielen kann. Sehr schön. Das wird eine heiße Angelegenheit für die Lady. Hahaha. Ich bin wirklich teuflisch veranlagt. Okay, jetzt muss ich nur noch abwarten, bis sie sich wieder nass getanzt hat und sich dann wieder ein bisschen erhitzen möchte. Und dann schauen wir mal zu, wie sie in Flammen aufgeht. Ist sie da unten? Nein, sie ist in ihrem Thronsaal gewesen. Läuft jetzt in ihrem Verderben. Das muss ich mir reinziehen. Am Schrank, lauf in dein Verderben. Perfekt. Perfekt. Oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht stören. Jetzt. Wenn die Alarmglocken ertönen, kommt sie raus. Na, Süße? Schauen wir uns das Spektakel an. Brenne, Baby! Brenne! Nein? Ich hab's doch manipuliert. Jetzt! Nichts passiert. Ah, okay. Diesmal macht sie eine längere Show. Ja, ja, du bist die Herrin des Feuers. Ich brauche einen starken Mann, der mich da rauskommt. Komm schon, wie lange soll das noch gehen? Na, endlich. Brenne, Mädchen, brenne! Der Hai hat sogar jetzt noch was zu futtern. Okay. Ab. In den Himmel. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt schnurstracks in den Himmel und, äh... Ja. So, erstmal wieder nach oben. Den Koffer schnappen. Nein, 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 nein. Wir gehen schon als CIA-Agent. Komm schon, schnapp dir den Koffer. So, nochmal schnell umziehen. Sehr schön. Hat ja lange gedauert, bis sie in Flammen aufgegangen ist. Aber ich wollte mir das Spektakel unbedingt anschauen. So. Jetzt stellen wir den Koffer wieder ab. Und gehen in den Himmel. Auf geht's! Der Teufel geht in den Himmel. Vielleicht kann ich ein Englein fliegen lassen, wer weiß. Okay. Ich muss aufpassen. Auch im Himmel erwartet mich ein Agent. Da läuft er. Und wo ist mein Ziel? Ich hab kein Ziel mehr. Ich muss nur aufpassen, dass ich dem Agent nicht unter die Augen drehte. Junge, Junge. Sie hat sich bestimmt als Englein verkleidet. Sie ist auf der Bühne. Okay. Gut. Dann kommt sie mir schon nicht in die Quere. Ich muss den Computer suchen. Hallo? Darf ich hier durch? Der Teufel darf überall rein, oder? Auch hier rein. Okay. Sie ist noch beschäftigt. Finde ich gut. Alles klar, da ist der Computer. Wir haben die Daten. Was? Wir haben eine neue Zielperson. Und zwar der Agent, der auf der... Ah, Mist. Okay. Vielleicht kann ich irgendwas präparieren, oder so. Ah, vielleicht finde ich hier die Bänder. Nichts. Und hier? Auch nichts. Sie ist noch immer auf der Bühne. Interessant. Vielleicht von oben. An einen wie dich könnte ich mich gewöhnen. So, so. Das glaube ich. Jawohl. Sie trallert schön, ihr Liedchen. Oh Gott, ist das grausam. Gibt's hier irgendwo... Irgendetwas? Nichts. Nichts. Moment mal. Auch nichts. Ein Kocher. Hm, vielleicht zeigte ich mich als Koch. Hm. Oder auch nicht. Die Show ist vorbei. Gleich sehen wir. Sie darf mich nicht sehen. Oh oh. Oh, das war knapp. Was macht sie denn da? Jetzt. Sie läuft weiter. Sie ist auf jeden Fall mein Ziel. Hm. Ich habe einen knackigen Arsch. Aber bald ist dieser Arsch tot. Und wicker. Okay. Ich hoffe, wir sind hier. Verdammt. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie erledigen soll. Sie läuft weiter. Beobachten wir erst mal. Ja, danke. Ja, danke. Aha, aha. Das ist wohl ihr Büro. So, so. Und ich dachte, du wärst ein Agent. Und jetzt bist du nicht mal ein Agent. Also gut. Bringen wir dich klassisch um. Mit der Klavierseite. Verfolgen wir dich. Schön langsam. Ja, schau dir schön ein letztes Mal die aufgehende Sonne an. Hier ist Angel. Hab ihn noch nicht gesehen. Ich melde mich, wenn er erledigt ist. Oh, noch was. Die Singerei kostet extra. Und zwar ne Menge. Sing, Engelein. Sing. Na los. Kriegst jetzt keinen Ton mehr raus, ha? Ciao. Das war's. Yeah. Desert Eagle nehmen. Alles klar. Nehmen wir mit als Souvenir. Kleines Miststück. Okay. Ah. Welchen Koffer soll ich jetzt mitnehmen? Hier sind zwei Koffer. Das ist der Gewehrkoffer. Ach so. Ich hätte auch das Gewehr nehmen können. Und sie schön wegsnipern. Aber egal. Klassisch. Ist besser. Gut. Alles klar. Somit war's das. Oh oh. Boah. Das war knapp. Ich dachte, der geht jetzt rein. Gut. Jetzt müssen wir uns nur noch eins überlegen. Hallo. Alter Junge. Wie löschen wir die Videoaufnahmen. Damit auch wirklich hier ein Geist da war. Okay. Ich hab wirklich keinen Plan. Aber vielleicht komm ich in dieser Verkleidung überall rein. Ich mein, ich bin ein CIA-Agent. Hm. Okay. Ich kann nicht verschwinden, bevor hier alles aus ist. Okay. Das Exit ist da oben. Also alles klar. Da steht der Wagen. Da. Genau hier finde ich bestimmt das Kameralöschsystem. Ich muss nur gucken, wo. Aha Mist. Moment mal. Ist das nicht auch? Video stehlen. Perfekt. Gute Arbeit, mein Guter. Jawohl, ja. Wir haben's. Das war das Videomaterial. Es ist in unserem Besitz. Jetzt dürfen wir nur nicht nochmal gefilmt werden. Perfekt. Okay. Ah. Mist. Besser ist es. Mist, er lässt sich nicht mehr ablenken. Na toll. Sie werden sich jetzt umdrehen und verschwinden. Entschuldigung. Mein Gott. Ich werde verschwinden. Ich werde gehen. Ich werde gehen. Kein Problem. Ich werde gehen. Ja, ja. Ist okay. Ich gehe. Ich gehe. Verdammt. Mit Waffen komm ich nicht rein, oder? Probieren wir es einfach nochmal. Hallo. Ah, okay. Mit Waffen komm ich doch rein. Sehr gut. Flop. Gehen wir nach oben. Schnappen uns den Koffer. Es ist ein Gewehrkoffer. Ach, nehmen wir doch mit. Was soll's. Ich war jetzt der Meinung, das ist... Ein Geldkoffer. Aber gut, was soll's. So. Jetzt gehen wir schnurstracks nach unten. Holen unseren Anzug. Und nehmen unser Auto nach Hause. Jetzt darf nur nichts mehr schief laufen. Jawohl. Oh ja, sorry. Ja. Ciao. Bin weg. Ich bin's, ich bin's. Au, stopp. Ich bin's. Alles cool. Aufhören. Was machen Sie hier? Ganz ruhig, bitte. Sie sind meine einzige Hoffnung. Die letzte. Ihre einzige Hoffnung? Wofür? Sie wollen den Präsidenten töten. Er will das Klonen legalisieren. Er will das Klonen legalisieren. Ihre Pläne durchkreuzen. Wer sind Sie? Na, Sie. Die haben schon ein Klonprogramm. Wollen die Technologie für sich selbst. Sollen Sie sie haben. Politik interessiert mich nicht. Sagen Sie mir nur einen Grund, warum ich sie jetzt nicht töten sollte. Ich habe Millionen Diamanten in den roten Koffern. Die sind Millionen wert. Nehmen Sie sie. Was soll ich tun? Sie wollen den Präsidenten in drei Tagen im Weißen Haus töten. Beschützen Sie ihn und schicken Sie die Attentäter ins Jenseits. Zeigen Sie mir das Geld. Gott sei Dank. Hier, den Rest bekommen Sie, wenn alles vorbei ist. Was sagen Sie? Ich melde mich bei Ihnen. Dann sage ich Ihnen, wie Sie mir vorab den Rest des Geldes und die Auftragsdetails zukommen lassen können. Aber wie kann ich sicher sein? Wenn Sie clever sind, übernehme ich den Job. Andernfalls brauchen Sie das Geld nicht mehr. Dann ab ins Weiße Haus. Yeah! Ja! Drei Kills insgesamt. Abgefeuerte Schüsse. Einen. Und ich hoffe es. Ich hoffe es, dass wir lautloser Killer sind. Und wir sind lautloser Killer. Yeah, man. Vier Millionen Steine auf dem Konto. Ich bin so stolz auf mich, weil ich diese Mission noch nie, noch nie, genauso wie die vorige Mission, noch nie auf lautloser Killer geschafft habe. Sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Okay. Das war's wieder. Jetzt geht's zur letzten Mission. Also, wo wir eine Zielperson haben. Ins Weiße Haus. Das habe ich auch nie geschafft. Seid gespannt, ob ich das das nächste Mal schaffe. Und wir hören uns im nächsten Level. Macht's gut, Leute. Ciao!